Und jetzt nach einer langen Pimmel, Propellepor sind sie, Zeruk, mein Damon und Herren, Horet, Horet, the boys are back in the place, Wushel und Balmy. Und zwar wählen wir pro Runde eine Sprache aus, jeder hat die Chance einen eigenen Text einzugeben und den anderen zum Lachen zu bringen. Schafft er es, kriegt er einen Punkt und der, wo am Ende die meisten Punkte hat zum Lachen, der kriegt eine Wartschluss. Ach ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt und mehr davon sehen wollt, dann lasst euch jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, denn ihr wisst, wir sind likegeil und wir brauchen Aufmerksamkeit. Es sind drei Runden mit drei verschiedenen Sprachen, dann lassen wir den Scheiß mal beginnen, oder? Let's go! Ja, dann fang ich mal an und zwar wähle ich ganz klassisch, wie mit dem Intro, zum Beispiel jetzt einfach mal englische Aussprache. Balmy, da darfst du jetzt mal weggucken, ich geb jetzt mal den Text an. Und zwar kriegt der Balmy jetzt noch nicht schön das Hetzer ins Ohr gedrückt, dass es von tiefster Seele verstören kann. Und da will ich sagen, tu mal rein und lass dir mein Satz ordentlich schmecken. Ich hab noch nicht hingeschauen, oder? So gut. Was haben wir englisch? Balmy, 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 und Balmy, ich sag dir, jetzt mal was, so wie du mit Justin Angerschein hast, kann ich dir nur sagen, geil, 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 du magst mit heißem IT deinem Schweiß. Ich kann nicht mehr ohne dich, du geiles, kleinen Zwiebelschwachs. Zwiebelschwachs. Okay, aber ey. Aber ey, tapf, warte, fack. Ja. Ach, scheiße. Okay, ich bin dran. Und du darf Balmy mal mit Englisch weiter machen? Okay, ich hab's ja nicht geschrieben. Hau's dir rein. Okay, warte. Hau's dir rein und los geht's. Ich hab, 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 deine 0815, liebe Satz, du kommest, 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 kommest und kommest immer wieder und ich kann, 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 kann dir nur sagen. Das hat dich jetzt gekillt? Dieses, 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 ich kann, 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 du nur sagen. Das ist nur dieses Sagen. Okay, alles klar, erste Runde für mich. Okay, okay, okay. Okay, definitiv. Ich wähle die Sprache. Und du musst gleich den nächsten Satz machen, ne? Ja, ich wähle die Sprache. Ich nehm Französisch, let's go. Französisch, was du dir ausstut? Und du kriegst Französisch. Ich liebe Französisch. Ich hatte nichts als eine andere Idee, aber. 3, 2, 1, let's go. Findest du das lustig, 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 lustig mit den Wortwiederlungen? ICH, 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 NICHT, NICHT, NICHT. Und ich habe nicht gerecht. Alter, Alter, was ist das gegrüßt? Scheiße. Wie konntest du das denn schaffen, jetzt mal ehrlich? Heftig. Oh mein Gott. Das lustig war nicht lustig. Ne? Aber dann das... Ich, ich, ich bin nicht... Okay, ich muss mehr die Akzente aussetzen, glaube ich. Das ist der Trick. Ja, glaube ich auch. Okay. Okay. Hast du? Okay. Los geht's! Du weißt ganz genau, wer geste kommt. Lester und Gester. Sie hat ein Baguette Croisillon Baguette. ICHL Utrema 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 BE BAGUETTE BA ENDGETTE O BA E T Z K U M M T N O W O S OF BERISH ABDI ER LEBAKAS LABLA Respekt! Also LeBakas Labla hat mich fast gekillt, weil der wirklich gut ausgebrochen hat. Der war Killer. Okay. Aber der war... So, es geht weiter. Ich darf mir das nächste Land aussuchen und ich wähle... Italienisch. Boah! Okay, jetzt geht's doch weiter. Ja, wenn mal Rechtschreibfehler drin sind, ist ja egal. Also ich mein, das ist jetzt natürlich... Let's go, will ich sagen, oder? Was ist los? Sichtbar. Haha. Verstanden? Ja, verstanden. Okay. Okay. Luigi ICHL Utrema 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 Ich hab' den italienischen Satz fertig geschrieben. Ich würd' sagen, viel Spaß. Ich hab' einen wunderschönen Brief erhalten. Hm. Hör'n die doch machen. Luigi hat mir einen wunderschönen Brief, das schickt die C.H. zitiere. Fällt das Porzellen in den Sendungen, die wir direkt lasse jagen, lasse jagen, wenn dir der gerostete Panda nicht schmeckt, lasse jagen. Lass jagen, ich ja kapur deute morgen von... Nehme Panzer, gewegf, lasse jagen, lasse jagen, lasse jagen, lasse jagen, lasse jagen bleiben unterlege ein Mann. Der seine Ende nach QNS streckt, doch wir haben keinen Platz zu bieten. Lass jagen, grüße aus dem Fotchen. Alter, der war dicht dran. Respekt. Echt Respekt. Das geilste ist dieses, lass jagen, lass jagen, lass jagen, lass jagen. Und dann einmal so mittendrin, lass jagen. Okay, der war nicht schlecht. Guter konnte auch. Okay, dann jetzt, warte schon das letzte, dann machen wir jetzt einen Stich. Wir brauchen einen Stich, ja. Wir brauchen einen Stich. Okay, let's go. Du darfst schwehen. Jeder wählt seine Sprache. Okay, okay, okay. Dann nehm' ich mal, wir experimentieren... Experimentieren. 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 Einfach mal, ich würd' einfach mal Spanisch schätzen. Spanisch. Okay. Rechtschreibfehler ist mir scheißegal, grad mir geht's einfach darum, dass der gleich weinend vor Lachen am Boden wird. Ja, manchmal muss der ja sogar falsch schreiben, damit das vielleicht anders betonen, wenn du ungefähr die Sprache weißt, was da rauskommt. Also, ich würd' mal sagen, hier, mein, meine, mein Choice war, äh, Spanisch. Ich hoffe, er wird dich so zerlegen gehen. Finale! Oho! 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 Shale Pro Shale Pro Shale Pro Tim... Oho! 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 Vielen Dank.